Willkommen zurück und wir sehen mal, was ist das, was da so schön ist, aber... Mein Gott, hab ich ja gerade erschrocken. Ich achte auf die Lechsen und springt das Zeug da hervor. Bin ich schreckhaft? Ich sollte niemals Amnesia spielen. Ich wollte es, let's playen. Aber danach gäbe es keine Let's Plays mehr von mir, weil ich wäre vor Angst gestorben. Oh Gott. Besonders, weil man sich da einfach nicht verteidigen kann. Resident Evil in dem ganzen Kram. Kein Problem, aber Amnesia? Nee. Feder erhalten. Noch mehr Gegner? Nein, okay. Ein roter Stern? Was zum Teufel ist das? Ich will es gar nicht wissen. Vielleicht ist das Lavos, der auf die Erde fällt. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Payne! Ja. Und du gehst allein voran? Ich kenne deine Suche nicht, aber Paynes Freunde sind auch die meinen. Ich werde nicht zulassen, dass du deinem Ableben alleine entgegen siehst. Nein, Tyrannohöhle gefährlich. Vielleicht alle sterben. Du willst untergehen? Ich werde dieses Desaster nicht tatenlos mit ansehen. Brechen wir auf, Payne. Lea, starke Freunde. Brechen wir zur Tyrannohöhle auf. Oh, super. Ich darf auf Aerodactyls reiten. Ja, das ist die Comedy, die ich haben wollte. Boah, jetzt pulverisieren wir hier alles. Was auch immer jetzt passieren mag. Fliegen wir zu dem roten Stern? Nein. Hm? Ich kann fliegen? Lol. Finde ich ja mal voll chillig. So. Wo ist denn die Tyrannohöhle? Hier? Nein, Reptiten-Nest. Wo ist die Tyrannohöhle? Ach, die ist wahrscheinlich da mitten in dem Vulkan, weil das ist ja sowas von gar nicht auffällig. What? Okay, das nennen die Höhle. Naja, in der Zeit hätte man auch keine andere Antwort darauf. Alter, ich hab ein ganz böses Gefühl. Na, komm. Aber die Musik ist lustig. Ach, stimmt. Die ist ja... Die hat ja die Wut. Die hat ja dieses Item angelegt. Die haut ja einfach nur... Die kann ja eigentlich auch nichts anderes. Die kann weder heilen noch Magie wirken. Das Einzige, was sie kann, ist wirklich derbe draufhauen. Lol. Ich kann nur hoffen, dass ich mit Dake jetzt demnächst mal diese Technik erlerne. Fürs ganze Heilen. Für die Gruppe, für den Gruppenheal und so. Boah, die Musik ist ewig. Nein, 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 nein. Tonic-Made. Gewitter 2. Doppeltecht-Dreht. Ja, super. Bringt mir viel. Die ist zu, da kommen wir noch nicht rein. Das heißt, das ist der erste Weg. Da, 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 da. Was? Ey, ihr Pisser. Nein, warum normale Kampfmusik? Die andere gefiel mir viel, viel besser. Gemein, oder? Aber die sind mal etwas stärker, die Viecher. Irgendwie erinnern die mich an Tomberys aus Final Fantasy. Also, keine Ahnung warum. Auch wenn es irgendwie aussieht wie so eine Mischung aus Dino und Außerirdischung. Äh, ja. Ey, man, sag doch mal danke. Ich hab euch gerade das Leben gerettet. Mit euch bringe ich jetzt um. Lasst uns mal Gewitter 2 ausprobieren, meine Freunde. Oh, das geht auf beide. Boah, nix für Epileptiker. Uah. Verteidigung und der Schock gemindert. Das ist praktisch. Dann kann Lea jetzt zuhauen. Autsch. Na, 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 na. Vielleicht war ja noch irgendwas in dem Raum hier. Okay, doch nicht. Hm. Sieht aber sehr interessant aus, muss ich sagen. Okay. Gefängniswärter. Ah, was für ein leckerer Hauptgang. Die Affen! Ja, ich bin ein Affe. Ich weiß. Lass mich! Machen wir... Ups, warum müssen wir noch auf einen? Doof. Oder wurde mir das nur nicht angezeigt? Ah, ne, wurde mir nur nicht angezeigt. Verteidigung und der Schock gemindert. Jetzt können wir sie gemächlich zu Breit klopfen. Und schauen wir mal, wen sie da eingesperrt haben. Hm. Kino. Lea! Kino weg, Lea dich retten. Wie wär's, wenn du den Schalter drückst? Das sieht sehr pervers aus. Aber auch nur mein Gedanken. Diese Methode scheint wenig Ration um. Lea tun. Alles Kino schuld. Egal. Kino entkommen mit Laruba-Dörflern. Was Lea tun. Ende setzen. Kino mitkommen. Kino nicht gehen. Wenn Lea tut, Kino neuer Chef von Ioka. Lea? Ja. Mach auf, Deck. Oder so. Lea stark, nicht verlieren. Kino verstehen und etwas zeigen. Ach, der öffnet uns wahrscheinlich jetzt den Durchgang da von eben. Gott, ist der lahmarschig. Äh. Okay, er ist genauso schnell wie wir. Mach's auf! Danke. Du stark, ich schwach. Lea, guter Chef. Ja. Links, rechts. Adios! So, was mach ich jetzt? Ach, da ging's her. Wow. Das sieht gleich noch sehr, sehr viele Kämpfe aus. Äh. Nein, ich hab das mit den Schaltern nicht gewusst. Aber da rechts ja immer... Äh, ja. Ja, schon gut. Oh! Nett. Da rechts eigentlich immer die richtige Richtung ist. Hab ich jetzt einfach mal links geguckt. Ich weiß. Komische Logik, aber... Es hat funktioniert. Feder halten. Yay! Was denn noch? Ich glaub's nicht. Gewitter 2 wird nur hier echt ein Segen sein. Ich seh's schon kommen. Dicklippenflugding. Ey. Verteidigung. Das Schock gemindert. Dann hau ihn tot. Okay. Ey! Mein. Ich will gern wissen, wie viele Kämpfe uns hier erwarten werden. Der erreicht nächste Stufe. Nein, verdammt falsch. Dick, du darfst deinen Kraftstrahl anwenden. Weil wir dich lieb haben. Scheint aber so, als hätte ich jetzt mal nur Ruhe. Deswegen mach ich mal einen Schnitt. Bis nachher. Ich bin mir gonna... É.